Herzlich Willkommen bei Gamer 5 Minutes Extreme und hier machen wir heute mal mit der Marke Loftus Dynamische Wetter und wir werden in Deutschland fahren Wir spielen logischerweise mit einem Lenkrad und wir werden mal schauen wie es so läuft Ich hoffe es regnet nicht Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe es hat euch gefallen Das ist schon gut. Untertitelung. BR 2018 Das war jetzt der beste Fail bis jetzt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was solltest du denn vom Schlickchen hier haben? Okay. Was solltest du denn? 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 Soll ich das mal übertrieben verschossen? Oh man, no man. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Was ist das denn hier? Genau, jetzt weiß sie noch So ist das, so ist das, so ist das, so ist das, so ist man ja nicht wieder bestimmt, weil der Pandemie einfach nur reingefährt, äh, das sollte so Was ist das denn? Wieso ich? Wieso ich? Wieso ich bin? Wieso ich bin? Wieso? Wieso? Ich bin nicht schon dafür mit dem hier vorne vor mich fährt Mann mit dem das Sie 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 Die